Hallo, mein Name ist Benni Huckel. Ihr schaut, was läuft auf TeleBasel neu am 20.07 Uhr. Musik Das Konzept ist, dass wir jeden Donnerstag fünf Stunden live und eben nicht aus dem Radiostudio, sondern aus der Osteria Aqua senden. Wir haben immer einen Topgast und einen musikalischen Gast, also immer ein Gast-DJ. Meistens sind es DJs, manchmal sind es auch Musiker, die heran sitzen und Gitarren spielen und live singen. Es geht einfach darum, dass man Musik decken kann, die man sonst nicht jeden Tag hört. Liedigraum ist in sich etwas Neues eigentlich, weil ein Radiosentrum aus einem lebendigen Restaurantbetrieb gemacht wird oder aus einem Ort, wo sich Leute treffen. Also es ist live wirklich in diesem Sinn, dass du hörst so Umgebungsgeräusche und das Leben und auch die Fehler und auch spontane Sachen, die eigentlich normalerweise nicht hörst. Das heisst, es geht alles live und das ist irgendwie sehr lustig. Und da bestand, dass man nebendran noch isst und auch trinkt. Und vor allem das Trinken ist wahrscheinlich wichtig. Locker in die Zunge und kommen gewisse Sachen führen, die normalerweise wahrscheinlich nicht führen kommen. Wir haben heute einen Living Room Fan eingeladen, das ist der Christian Gross. Er ist wirklich gekommen und hat gesagt, du, ich finde das eine gute Sache. Ich höre, wenn ich Zeit habe, am Donnerstag auch Living Room Fan. Es ist eine ganz spezielle Sendung, sehr locker, aber immer sehr innovativ und ja, zeitgemäss. Ich finde das Konzept Living Room super. Die Idee finde ich wirklich einfach super und auch wie Katja und Thomas das machen, ist einfach eine Bombe. Super. Seit drei Jahren der Hammer, jeden Donnerstag. Tip top. Also du wirst es nicht glauben, aber Tom Brunner hat irgendwie drei Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal hier bei Living Room aufschlage. Er hat heute mir einen Handschlag gegeben, dass ich endlich mal hier bin und ich finde es ganz geil. Happy Birthday Living Room.